Auch wenn der Wind euch gleich um die Ohren pfeift, schaut euch das Video bis zum Ende an. Und was kann es hinter mir sein? Abgezäunt hinter Stacheldraht. Eine geheime Mission, die dort erfüllt werden soll? Ich weiß es nicht. Hier stehe ich nun am einsamsten Ort der Erde. Was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Aber das muss doch irgendwas sein. Irgendeinen Zweck haben. Überall stehen diese Dinger hier rum. Und hier ist so eine Bombe eingeschlagen. Mitten auf dem Feld. Und auf der anderen Seite wieder dieser Bimpel, den ich gleich nochmal zeige. Dieser Bimpel. Überall sind hier diese Bomben. Bomben und Bimpel. Und der Wind weht, dass man kaum was verstehen kann. Und so etwas gibt es hier auch noch in dieser Gegend. Unglaublich, sage ich. Unglaublich. Und dabei habe ich vor einer Stunde noch am Bahnsteig gestanden und wollte eigentlich irgendwo in den Norden hinfahren. Und in der letzten Sekunde habe ich mich dann umentschieden. Und jetzt bin ich hier. An dieser Stelle hier. Wer sich das Video bis zum Schluss angeschaut hat, was ja wohl nur die allerwenigsten tun, der kann jetzt vielleicht erahnen, in welcher Gegend von Bremen ich hier bin. Vielen Dank.